Ich wollte euch noch zeigen, was ich so verbaut habe. Und zwar so ein paar Rollen. Da kann er dann rollen und drehen. So ein paar Schalter von meiner Mama, so ein paar alte, die einfach aus irgendwelchen Lampen abgeschnitten hat. Da kann man hier so ein bisschen üben, aber ich glaube, das ist eher für später. Das ist noch ein bisschen schwer. Aber Lichtschalter fanden wir schon sehr cool. Dann so Karten von mir, damit Julius bezahlen kann in Zukunft immer für mich. Und dann... Oh, der klemmt aber gerade. Wieso klemmst du so? Achso, weil das nicht richtig drin war. Und dann kann man das hier aufmachen. Dann wollen wir noch ein bisschen das verzieren und schön machen und so. Hier, das haben wir auch gestern schon geübt. Das fand er auch sehr cool. Und Klettverschluss. Da hat meine Mama Sachen gemacht. Klettverschluss, Reißverschluss, damit er so die Verschlussarten alle mal lernen kann. Und auch so Knöpfe. Mega cool. Also... Und hier oben kommen halt noch so Klingeln und sowas. Das kommt hier oben noch hin. Und hier unten kommt auch noch was hin. Oh, Julius spendet ein bisschen.